In meinem heutigen Vortrag werde ich Ihnen von einem Film erzählen, der mein absoluter Favorit ist. Es ist nicht nur ein Film, es ist die Wahrheit des Lebens mit einer Mischung aus guten und schlechten Zeiten, die unsere Gefühle, zu denen, die wir lieben. Der Name des Films war Matru Devo Bava. Es handelt sich um einen Telugu-Film, der 1993 veröffentlicht wurde. Der Titel Matru Devo Bava ist eine Phrase im Sanskrit, die übersetzt. Dies ist die Geschichte einer Mutter, die Schwierigkeiten hatte, ihre vier Kinder zur Adoption freizugeben, als sie erfuhr, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Sie möchte, dass ihre Kinder in einer familiären Atmosphäre aufwachsen und nicht im Waisenhaus. Es ist ein ausgezeichneter Film mit unvergesslicher Musik und Liedern, hervorragende Leistung aller Schauspieler, vor allem der Schauspielerin Madawi in der Rolle der Mutter. Es ist ein trauriges Ende des Films und ich habe den ganzen Film über geweint. Ich habe den Film gesehen, als ich zwölf Jahre alt war. Dennoch sind die Szenen in diesem Film unvergesslich. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblicke geben konnte. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar Jahre alt war.